Musik Jede Art von Transformation, wirtschaftliche, gesellschaftliche, persönliche, organisationale, hat nach Fromm zur Voraussetzung, dass in den vielen Menschen die kognitiven, emotionalen und imaginativen Eigenkräfte gestärkt werden, weil nur sie eine transformative Kraft haben, die den Menschen nicht aufs Neue wieder abhängig macht. Von autoritärer Orientierung spricht Fromm dann, wenn das Bezogensein auf andere, aber auch auf sich selbst, auf die Natur und so weiter, auf die Arbeit, wenn dieses Bezogensein durch die aktive, man könnte auch sagen sadistische Ausübung von Herrschaft und durch die passive, man könnte auch sagen masochistische Ausübung von Unterwürfigkeit gekennzeichnet ist und Herrschende und Unterwürfige dabei symbiotisch aufeinander angewiesen sind. Der aktive, sadistische, herrschaftausübende Teil des Charakters versucht, andere gefügig und abhängig zu machen und zu halten, zu bevormunden, auszubeuten oder gar zu quälen. Richtet sich der aktive Teil gegen einen selbst, dann zeigen Autoritäre ein hohes Maß an Selbstbeherrschung, Selbstdisziplinierung oder auch an Schuldgefühlen. Sie leiden unter einem rigiden Überisch, das alles Lustvolle und Frivole verbietet. Der passive, also masochistische Teil des autoritären Charakters zeichnet sich durch Unterwürfigkeit unter und blinden Gehorsam gegenüber der Autorität aus, sowie durch ihre Idealisierung. Alles Gute wird von der Autorität erwartet. Im Umgang mit sich selbst äußert sich die masochistische Strebung in einem Verzicht auf alles Eigenwillige, auf alles Selbstbewusste, auf eigene Reste und Ansprüche und auf alle Ausdrucksweisen der Autonomie. Für das Verständnis von Autoritarismus nach Fromm kommt als zentrales Merkmal hinzu, dass Herrschaftausübende und Unterwürfige symbiotisch verbunden sind, also jeweils voneinander abhängig sind. Das Symbiotische hat mit der Psychodynamik des autoritären Charakters zu tun, die Fromm so erklärt. Der Unterwürfige projiziert auf Druck des Herrschenden seine autonomen Eigenkräfte, projiziert diese auf die Autorität, sodass diese darüber nun verfügen kann. Dadurch aber, dass der Unterwürfige mit der Autorität symbiotisch verbunden ist, kann er an seinen auf die Autorität projizierten Eigenkräften sekundär wieder Anteil haben. Auf diese Weise sind Herrschaftausübende und Unterwürfige existenziell aufeinander angewiesen und kommt es zu einer starken emotionalen Bindung. Welche Behinderungen der biophilen Wachstumskräfte gehen nun mit dem autoritären Sozialcharakter einher? Fragen wir zuerst, welche Strebungen verstärkt und welche Werte realisiert werden bei der autoritären Orientierung. Zum gewünschten Persönlichkeitsprofil bei einer dominanten autoritären Sozialcharakterorientierung gehört vor allem, dass man sich den Verhältnissen beugt und unterwürfig ist, ohne nach Sinn und Legitimation zu fragen. Treue spielt in allen Bezügen eine ganz wichtige Rolle und ist oft nur dadurch erreichbar, dass man sich schicksalshaft den Gegebenheiten einfach beugt. Gehorsam ist in der autoritären Erziehung ein wichtiger Leitwert, der durch Züchtigung gelernt wird. Ungehorsam ist die schlimmste Sünde. Auch das Austreiben des eigenen Willens und jede Art von Eigenwilligkeit muss früh gelernt werden, wenn jemand ein loyaler und ergebener Arbeitnehmer oder Beamter werden will. Der oder die im Dienste einer Autorität stehende Dienerin oder Diener zeichnet sich durch Selbstlosigkeit aus. Er oder sie kennt keine eigenen Ansprüche und ist immer für die Firma, für die Familie, für die Organisation da und opfert ihnen das eigene Leben und das eigene Glück. Zuverlässigkeit und Pflichtgefühl sind zwei weitere Werte und Charakterzüge, die bei einer autoritären Orientierung jedoch Ausdruck der Unterwürfigkeit sind und eben nicht selbst zu verantworten sind. Ein letztes Mast des autoritären Charakters, das hier erwähnt werden soll, ist das Gefühl der Abhängigkeit auf Seiten des Unterwürfigen und das Gefühl der willkürlichen Freiheit auf Seiten des Herrschaftausübenden. Fragen wir nun danach, welche psychischen Wachstumskräfte bei einer autoritären Sozialcharakterorientierung verdrängt werden müssen. Damit lassen sich die Zielsetzungen und Gegenstände des Empowerments für Transformationsprozesse ermitteln, mit denen bei einer autoritären Orientierung die Wachstumstendenz gestärkt wird. Nach Möglichkeit müssen alle autonomen Antriebskräfte, die etwas Eigenes und Eigenwilliges im Denken, Fühlen und Handeln ausdrücken und eine potenzielle Unabhängigkeit signalisieren, verdrängt werden. Zu nennen sind hier an erster Stelle alle eigenen Stärken, die in Konkurrenz zur Autorität stehen könnten. Also eigene Gedanken, eigene Überzeugungen, eigene Ideen, vor allem wenn sie den Herrschaftsanspruch der Autorität infrage stellen. Und das gilt für die Infragestellung in Wirtschaft, Politik, Religion, Kultur, Gesellschaft, Staat gleichermaßen. Der eigene Wille, mit dem in der Regel eine Infragestellung der Gehorsamsforderung einhergeht, muss weitgehend mundtot gemacht werden. Wer nicht hören kann, muss fühlen, heißt muss bestraft werden. Sich Freiheiten einfach herauszunehmen, wird in der Regel geahndet, unabhängig davon, dass jemand zu Schaden gekommen ist. Entscheidend ist der Ungehorsam und die potenzielle Rebellion gegen die Autorität und die autoritären Vorschriften. Alle Formen der Selbstbestimmung sind gefährlich. Ob dies familiäre oder berufliche Rollenzuschreibungen oder gar religiöse Rituale betrifft oder die Genderfrage oder sexuelle Vorlieben, die politische Meinungsäußerung oder künstlerische Freiheiten. Selbstbestimmtes wird als Rebellion gegen die Gnade, gegen die Weisheit, gegen die Fürsorge und Überlegenheit der Autorität verstanden, die immer besser weiß, was für die von ihr Abhängigen gut und richtig ist. Für viele ist die hier skizzierte emotionale Situation des autoritären Charakters eher Vergangenheit als Gegenwart. Wo sie nicht mehr spürbar ist, hat dies vor allem damit zu tun, dass andere Formen des Wirtschaftens und der Vergesellung die Verdrängung der autonomen Eigenkräfte nicht mehr brauchen und eine neue Sozialkarakterorientierung dominant wurde, nämlich die Marketingorientierung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 in der tryingdịpenden spoilers